hallöchen liebe freunde des gepflegten aufbauspiel spaßes wir spielen weiter anno 1800 in der close beta ich bin im livestream und nehme das ganze natürlich als let's play mit auf so wir gucken mal in die new world rein wir hatten ja hier angefangen diese frittierten bananen oder was auch immer das ist mit dem fischöl herzustellen die wir eigentlich für die insel hier drüben brauchen hier denn damit die hier ein bisschen zufriedener sind und wir nicht so viele häuser hier bauen müssen hallo dieter hallo carrie man kann schiffsrouten über die welt machen okay ja gut habe ich mir fast schon gedacht so was ist mit dem schiff das ist die fregatte und hier hier ist das schiff was die bananen transportiert okay und eigentlich müssen wir auf der insel müssten wir jetzt das zuckerrohr bauen jetzt müssen wir mal gucken was wir dafür brauchen hier rum dafür brauchen wir holz und wir brauchen zuckerrohr das beides ist 15 30 30 okay wir brauchen wie läuft das hier die sormel hat 15 und der lumberjack hat auch 15 das heißt wir bräuchten theoretisch einen zweiten lumberjack wie nennt man ein helles mammut helmut da marus danke für den blut grüß dich ok so und zuckerrohr braucht nur holz hier fehlt auf jeden fall noch hier ist noch ein bug drin und da fehlt auf jeden fall noch eine okay wo bauen wir denn das hin jetzt mich mal hier eigentlich müssen wir gar nicht so weit weg wie viele felder sind das in 128 okay die können wir eigentlich so und jetzt brauchen wir genau hier hätte ich gerne einen weg und dann brauchen wir noch so eine rumbrennerei distillerie die passt natürlich genau dort nicht hin okay dann stellen wir die hier hin jetzt haben wir das problem dass jetzt hier nicht genug die leute auf der insel sind aber eigentlich müsste das schiff hier das transportiert nicht warum eigentlich okay eine neue zeitung zufriedenheit happiness and light lauchheim is quite full of mirth eight and three fifths from ten is how i score my present feeling und ich bin einfach nur zufrieden ja können wir so publishen oder was heißt das riot chance minus fünf prozent mehr hallo musch pokker grüß man selbst habe auf meinem hauptspiel schon aktuell 13 stunden und habe die neue in der alten welt alle max und auf der neuen bin ich fast fertig okay warum warum transportiert er hier davon nichts weil die alles aufessen das kann ich mir fast nicht vorstellen muss ich hier noch was ach ja natürlich ich muss natürlich ach ich tipp ich muss natürlich auch noch eine eine kitchen bauen ich dödel oder habe ich das nicht schon ich habe schon nicht ne ach da kann natürlich das schiff auch nichts transportieren das haben wir das letzte mal vergessen baue ich jetzt trotzdem wir müssen mal kurz gucken 30 30 30 also das bei ist wir bauen gleich mal zwei davon und jetzt brauchen wir hier aber auf der insel noch ein paar einwohner rein theoretisch müssen sie ja wenn wir jetzt anfangen das zeug zu produzieren hier hallo patrick und hallo fm guten abend vielen dank für das abo patrick so dem fehlt arbeiter ja das vielleicht machen wir erst mal nur eine an warte mal ist es jetzt aus so jetzt ist aus damit wir erst mal die insel hier versorgen was ist mit denen ach die haben okay so ein schiff müsste jetzt wieder angekommen sein oder ja hier wie kann ich das schiff wieder zurückschicken order ship to another session old world ja ok kerry dank für den tipp ich habe schon sehr viel editiert in der zeitung ähm würde ich mal sagen aber gut das ist das was wir dann später für wenn das spiel dann wirklich released ist das mal was wir dann wissen das ist auf jeden fall gut zu wissen vielen dank für die info also ich habe jetzt nicht immer was editiert aber relativ regelmäßig schon so ja seht ihr das jetzt haben nämlich die leute hier ähm auch das zeug und dementsprechend müssten jetzt eigentlich auch mehr leute in die häuser einziehen können die wollen übrigens auch rum haben für happiness ok was ist hier das problem missing goods naja siehste dann ziehen nämlich auch mehr als fünf ein in die häuser und jetzt haben wir auch schon wieder auf der insel hier genug dann können wir nämlich das hier auch aktivieren damit dürften die dann auch beide hier auf 100 prozent laufen und wir haben dann auch nicht mehr das problem das hier leute fehlen wobei hier schon relativ naja wir könnten hier noch häuser bauen so ist es nicht zumal wir höchstwahrscheinlich ja komm ja komm jetzt 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 die jetzt 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 Ich nehme an, die können wir überall anbauen Die Beta geht bis Montag Also das ist auch der Grund Für alle, die jetzt vielleicht gestern und vorgestern Nicht zugeschaut haben im Livestream Das ist der Grund auch, warum ich Jetzt an drei Tagen und Vermutlich eventuell mit hoher Wahrscheinlichkeit Morgen auch nochmal Anno streame und spiele Weil ich einfach die kurze Zeit Der Beta nutzen will, um Zu viel vom Spiel zu sehen, wie halt geht Also das zur Erklärung Die Beta geht bis Montag Und dementsprechend Ja, haben wir morgen dann Den letzten Livestream dafür Es sei denn, wir haben heute schon alles dann geschafft, aber ich glaube es kaum Und am Montag geht es dann wieder Regulär mit World of Tanks Livestream weiter Also keine Angst Es gibt auch wieder World of Tanks Ich weiß ja, dass euch das sehr wichtig ist Aber ich, ihr wisst ja auch, dass ich Nicht nur World of Tanks spiele So, wir müssen jetzt warten, bis hier die frittierte Kacke ankommt Damit können wir in der Zwischenzeit Mal in die alte Welt wechseln Und gucken mal Wie hier die Lage ist Oh, die Lage scheint hier ziemlich schlecht zu sein Weil wir machen bloß noch Trauer Trauer plus Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Jetzt geht es wieder hoch Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht Wir haben einen Haufen Einen Haufen von den Schreibmaschinen Also wir haben immer noch kein Bier Hallo Flipsy Äh FM, ne, habe ich noch nie gespielt Noch nie World of Warplanes gespielt Wie ist denn das hier mit dem Hallo? Ist das? Ach so, okay Ähm, wir gucken mal hier durch Also Fisch haben wir genug Ähm, wir haben kaum Schnaps Klamotten haben wir eigentlich Wir haben Sausages Also Wurst Wir haben einen Haufen Mehl Wir haben Brot bis zum Ertrinken Ähm, ja Uns fehlt halt Bier Und das Problem ist, dass wir gerade kein Hopfen haben Hier kommt Hopfen Ja Tauen Oh Ah, in der neuen Welt Dafür brauchen wir die Ponchos, oder? Oder meinen die, meinen die Lauchheim? Wir gucken mal Die wollen keine Ponchos haben Die wollen Fruit Coats Also ich nehme mal an Das sind Pelzmäntel So Mal gucken, wo die Brauerei ist Ähm Um einfach mal zu überprüfen Wie die Lage beim Bier ist So, eine Brauerei hatten wir ja hier Genau Die läuft bei 97% Wo ist die zweite? Äh, ich glaube Die hatten wir hier oben gebaut Kann das sein? Ne Bin ich blöd Ah, hier Ja Kein Hopfen Hopfen ist gerade unser größtes Problem Und hier ist ein Wo ist unser, ist das unser Kampfschiff hier? Perfekt Guckt mal, dass wir mal ein paar Piraten ärgern können Was ist das hier eigentlich? Quain City, City Attractiveness Click for Details Ah Nature 242 Culture 0 Steht auch da, wie man das ändern kann? Achso, ist die Gebäude World Fair Exhibition Celebrations By your happy population Need for next level 88 Countryside Culture Das steht aber nicht da, was man jetzt konkret machen kann Um das vielleicht irgendwie abzuschwächen So, wie weit ist denn das Schiff, was jetzt wieder zurückgeschickt wird, ja? Your ship has returned from its point Das wollte ich doch genau hören So, jetzt ist die Frage, wo das Schiff ankommt Von wo kommt das jetzt reingesegelt? Lamia, was geht ab? Vielen Dank für den Horst Und Willkommen an deinen Zuschauer Was habt ihr gespielt? Habt ihr ab der World of Tanks gespielt oder habt ihr hier Jurassic World gespielt? Viecher Alarm Hallo Wookie Hype, Hype Wieso geht mein Hype nicht? Hallo Stream Deck Liebes Stream Deck Machst du mir einen Hype? Dankeschön Ah ja, bei mir gibt es Anno 1800 Close Beta Der dritte Abend in Folge WOT, okay Es Es fischert Genau WOT habe ich mir jetzt Im Moment gedrückt, weil ich halt wie gesagt den Zugang zur Close Beta von Anno 1800 habe Und deswegen Ist das Schiff hier wieder da? Das ist die Fregatte Ich suche aber eigentlich das Schiff, was aus der neuen Welt zurückgekommen ist Ah hier, äh, der Clipper, perfekt Ähm, dann packen wir den mal wieder in die Route rein Das ist dann die hier Äh, Clipper, Clipper, Clipper Welcher Clipper war denn das jetzt? Ach scheiße Wie hieß denn der? Äh, Dusky Hawk Er hier Und wie lief's bei WOT? Montag wieder Jurassic World Ich hab heute Vormittag drei Weil, also ich mach ja auch Jurassic World als Let's Play Ich hab heute Vormittag wieder drei Folgen aufgenommen Aber ich bin ja schon im Doctor Who DLC Problem ist jetzt, dass ich, äh, wieder auf eine andere Insel zurück musste Weil ich dort, äh, noch einen Dino-Gen freischalten musste für Doctor Who Ähm, was ich für die Mission dann auf der letzten Insel von ihm brauche Das Spiel ist, also an und für sich finde ich Jurassic World schon ganz cool, Lamia Ähm Ich finde aber das Spiel macht's, macht's, zieht sich künstlich in die Länge an manchen Stellen Aber an und für sich ist ganz cool Was halt immer noch fehlt sind Flug- und Wassersaurier Ich frag mich echt, wann die kommen So, ich wollte eigentlich mit der Fregatte hier Hier, ihn mal angreifen Ich hab das halt in meinem Let's Play bisher gar nicht gemacht, bei Jurassic World Ich bin nie zurückgegangen Und irgendwann ist es mir dann mal auf der letzten Insel halt auf die Füße gefallen Da musste ich dann Oh, jetzt kommen wieder zwei Piraten Aki, ich hab schon mal Minecraft gespielt, ja, aber Sehr lange her 620 nur Ach, Mist, ich dachte ich kriege jetzt hier mal ein einzelnes Piratenschiff Wo ist eigentlich mein, wo ist, wo ist die Fregatte? Hier Fahr schneller Ja, Lamia, genau So, jetzt hier, komm Ein bisschen kämpfen Hallo, greif ihn an Greifst du ihn mal an? Hallo Was ist denn? Warum schießt denn der? Jetzt schießt er Ach, der Sound ist schon cool Warum schießt der nicht? Komm, schieß Und hallo DJ, grüß dich Und hallo Rudi, servus Shadow Khan ist überall Shadow Khan hat Twitch übernommen Warum? Die haut echt ab mit ihrem Schiff dort Das ist natürlich blöd Jetzt ist er weg Ähm Dann greif mal ihn hier an Also man muss den Wind so ein bisschen mit Beachten Äh, warum bleibt der denn noch stehen? Jetzt bleibt er stehen Aber wir kommen Los, fahren daher Habe schon gesehen DJ Dritte Gunmark Werde ich mal verwursten, denke ich Ich komme da nicht hinterher Die blöden Piratenschiffe sind schneller Als meine Als meine Fregatte Jetzt mache ich wieder 1600 plus Vorhin waren es bloß noch 300 Das ist also richtig Konsistent ist das auch nicht So komme ich an das Schiff Ich muss halt aufpassen Wenn ich zu nah an ihrer Insel ran komme Dann beschießen mich ihre Türme hier Oh, was ist das? Treib gut Und komm her, das holen wir uns Hä? Sammle das ein Ich vermute mal, dass wir dann von ihren Türmen beschossen werden Was ist hier? Was ist das? Das springt irgendwie Was springt, Carrie? Hä? Wo ist das Treib gut jetzt hin? Ist das jetzt weg? Ja, jetzt fängt es mich an mich zu beschieben Hier war doch gerade noch Treib gut Bin ich bekloppt? Aua, die Das ist kein Nürn tun, schon wie Na gut, okay, wir schicken mal die Fregatte zurück Hallo Patrick Guten Abend So, wie ist denn jetzt hier die Lage mit dem Bier? Hat sich das wieder ein bisschen beruhigt? Hopfen ist auf jeden Fall jetzt da Aber Bier auf jeden Fall nicht Ähm, wir werden wohl nicht drum rum kommen Dass wir noch eine dritte Brauerei bauen Auch wenn die Ey, die Brauerei kostet 200 an Unterhaltskosten Das ist echt viel Achso, und natürlich noch an die Die Info an alle Zuschauer, die jetzt von Lamia gekommen sind Ich nehme das parallel als Let's Play auf Also wenn ihr bleibt, wundert euch nicht Dass ich zwischendurch immer eine An- und Abmoderation mache Da beende ich bloß die Folge Aber der Stream läuft natürlich weiter Na hallo Nordwicht Können wir Können wir von Warte mal, wir haben ja jetzt selber eine Kanonenproduktion angehauen hier, oder? Wo ist denn die? Äh, wir sind voll mit Stahl Das sind Nähmaschinen Nö, du kriegst die nicht Ja, das tut mir leid Ich lasse dich nicht auf die Insel Ach, hier ist die Kanonenproduktion Wie viele Kanonen haben wir denn aktuell? Ähm Wo sehe ich denn das hier? Gibt es ja auch was für Weapons Goods, Consumer Goods Construction Material, Raw Material Aquaculture und Toll Es gibt keine, keine Weapons hier Muss ich jetzt mal hier gucken 30 Kanonen, okay Was ich auch mal mache Ich verkaufe mal ein bisschen was von den Nähmaschinen So Okay Hallo Kai Guten Abend Hallo Manuel Grüße euch Was ist hier? Oh, wir sind voll mit Bricks Ja, dann Schalten wir die mal aus Und die Window Production ist Oh Wir sind voll mit Windows Okay, wir brauchen Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Brauerei Wir kommen jetzt nicht drum rum Die müssen wir jetzt mal irgendwie hier hinbauen Jetzt müssen wir uns mal gucken Dann müssen wir vorher mal den Weg hier weg machen Und haben wir da sinnloserweise gebaut Und dann setzen wir hier die Brauerei hin Ist das eine Markthalle? Ja, das ist eine Markthalle Oh, die müssen wir mal upgraden Weil hier ist immer eine Warteschlange Sehr gut Perfekt So Und jetzt können wir mal gucken Ob wir noch eine Fregatte bauen können Dafür brauchen wir Ach nee, das ist ein Clipper Fregatte war das hier Dafür brauchen wir Segel Will ich jetzt eigentlich ungern selber produzieren? Können wir das eventuell kaufen? Nee, nicht bei ihm Nicht bei ihr Und auch nicht bei ihm Gut, dann Müssen wir das Segel selber produzieren Wie viel Wolle haben wir noch? 68 Okay, das ist in Ordnung Schnaps geht hoch Wie ist die Lage beim Bier? Gleichbleibend wenig Shit Wir haben ein Bierproblem, meine Damen und Herren So, hier ist die Fregatte Vielleicht können wir mit einer zweiten Fregatte dann effektiver die Piraten angreifen Weil die nerven halt schon Es brennt in Lauchheim Oh Hier brennt es sich nur ein bisschen Vielleicht sollten wir mal Damit die Feuerwehr auch schon ans Ziel kommt So, hier ist noch eine Ist das eine Feuerwehr? Ja Fire for great Ich meine, wir haben gerade eh genug Steine Wird dir jetzt nicht mehr helfen, wenn du mehr Hopfen anbauen würdest, dass du auf der Na, eigentlich produzieren wir genug Hopfen Ähm Ich glaube, wir haben noch generell einen zu hohen Verbrauch an Bier Das Problem ist, dass ich beim letzten März schon eine dritte Hopfenfarm gebaut habe auf der Produktionsinsel Und dass ich dann aber die zwei Schiffe, die die hin und her transportieren Habe ich eins aus, was sie in die neue Welt geschickt Und das ist jetzt erst vor fünf Minuten wieder angekommen Hallo Holger Hallo Holger Grüß dich Grüß dich Für die Piraten, für die Piraten braucht sehr viel Power, ok Ja genau, ShadowCans schreibt es richtig Die saufen sich einfach nur zu Tode Wie sie alle Gaffen hier, das ist geil Naja, das macht doch schon Laune Also ich bin auch sehr gespannt aufs Spiel, wenn es dann im April rauskommt Also, ähm Da habe ich schon sehr, sehr Bock drauf Und da habe ich auch Urlaub Hihi Da habe ich auch Urlaub Extra Urlaub genommen So, jetzt kommt nämlich Wie viele Hopfen haben wir denn auf dem Lager? Naja, nicht wirklich viel Also wenn wir uns die Produktionsinsel hier angucken, dann brauchen wir Naja, wir könnten noch eine vierte Hopfenfarm bauen, einfach um sicher zu gehen Ähm, dafür müssten wir aber auf der Insel erstmal noch ein paar Hütten bauen Weil wir nicht genug Arbeiter hier haben Dann würde ich sagen Hopfen hier Wie viel brauchen wir noch? Ah, eine Reihe Warum passt das nicht? Ach, weil der hier noch was hat Ah, alles klar Reicht das jetzt? Nein, immer noch nicht Dann baut es hier hin So Damit müssten wir aber jetzt eigentlich genug Hopfen haben Das Problem ist nur, dass wir Wir müssen mal noch ein paar Leute einziehen Damit wir genug Arbeiter haben Was ist das letzte Schiff, das man bauen kann? Ähm, Adrian, Moment Gucken wir mal nach Das letzte Schiff ist, äh Ähm Ship of the Line Slow, three-masted, military ship with a medium-sized cargo hold Armed with a side cannons, okay Also Ein Schlachtschiff würde ich jetzt mal so interpretieren Aber wir sind auch wieder am Ende der Folge Wenn ihr nicht im Livestream dabei seid Dann lasst ein Däumchen nach oben da, ne? Oder wer im Livestream dabei ist, bleibt einfach dran Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von Anno1800 in der Close-Beta Macht's gut Tschüss Tschüss Tschüss